Warum wir in Solingen geblieben sind, das ist meine Heimat. Das Gute und das Schlechte der Stadt gehören zu mir. Sechs Monate nach den Morden von Mölln sind jetzt in Solingen fünf Menschen umgebracht worden. Sie wurden das Opfer von ausländerfeindlichen Mordbrennern. Meine Kinder schreien drin und ich draußen. Ich habe fünf meiner Blumen verloren und niemand soll diese Erfahrung je machen müssen. Meine Schwestern habe ich nie kennenlernen dürfen. Und das aus einem Grund, weil ein Anschlag auf meine Familie ausgeübt wurde. Ich spreche mit meinen Eltern nicht über die Nacht des 29. Mai, weil die ganzen Gefühle wieder hochkommen. Ich stehe jetzt hier an der gleichen Stelle wie die Täter damals. Mit welchem Gefühl sind die vor 30 Jahren hier lang gelaufen? Hatten die Angst oder waren die einfach vollkommen im Wahn? Niemand wird vergessen. Wir leiden und das, heute nicht überteilen. entire investment flessenden Leben Verbund. Wir lesagen, wir leben, Lorenzen, zu überにちは. Ich bewege mich.